Hallo für alle, also für die ganzen Welt, die mich einfach im YouTube sehen, ja. Ich spiele heute ein türkisches Lied vor, kann ich gerade zeigen. Ihr könnt nachher auch meine Finger sehen. Also, ja, es ist ein schönes Lied, also für mich, für euch vielleicht nicht, aber ja, ich spiele es mal vor. Musik 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 Ja, singen kann ich es auch, aber ja. Also ciao für alle!